Also jedenfalls habe ich der Frau dann geschrieben, ich weiß den Namen nicht, sonst würde ich ihn erwähnen, sonst würde ich ihn dir sagen, dass ich mich frage, ob sie einen Mord plant oder einen Mord in Auftrag geben möchte. Ja, und dass ich ihn zur Strafanzeige bringe. Und das habe ich auch getan, das habe ich bei Polizei online angezeigt, habe auch gleich eine Rückmeldung gekriegt und die Frau werden zu sich kaschen. Und ich werde auch eine Gerichtsverhandlung gegen diese Frau führen, ich habe nämlich den Benno angerufen und habe ihm gesagt, dass ich eine Privatklage gegen die Person mache. Ja, schon aus dem Grund, weil ich Daniela Büchner persönlich kenne. Und das lasse ich nicht zu. Und ich möchte, dass diese Frau vor ein Gericht kommt. Ja, wie es doch ich, wie ich bin bei Facebook.